Das habe ich schon mal fotografiert, halt ein Verbot mit dem Winterdienst. Ach ja, die Hühner. Aber es ist trotzdem etwas kühler geworden und windig. Gestern Abend kam ich ja von einer Parteiveranstaltung. Wie gesagt, ich war vom Donnerstag immer runter. Ja gut, ich war ja auch den ganzen Tag doof rumgelegen, Schach gespielt und hab da ein bisschen rumgeknaddelt. Das ist ja das Problem der heutigen Schülerinnen und Schüler, die sich digital wohlfühlen. Aber das kann auch ein bisschen ausarten. Es muss ja nicht süchtigen Charakter haben, was outet bei dem einen aus. Und dann können sie weder lesen noch schreiben. Das ist ein Problem. Das Natur bedienen auch nicht. Ich kenne einen, der spricht ins Mikrofon rein. Kann weder lesen, schreiben noch sonst was. Also das ist nichts. Wenn man ja tatsächlich mal einen Beruf lernen will oder vielleicht sogar studieren will. Je jünger man ist, desto wichtiger die Schule. Das hat selbst der Winfried Kretschmann, mit dem ich ja mal eine Partei gegründet hatte, erkannt und gesagt neulich. G9 und G8 sei nicht so wichtig, wenn die Fehler in der Grundschule gemacht worden sind oder so ähnlich. Kannst du fertig zitieren. Jetzt sind wir an der alten Renninger Straße und auf dem Rückweg vielleicht nochmal einen Kommentar. G9,5. G9. 5. G9. 22.